Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Part 2 von Mario und Yoshi. Ja, letztes Mal haben wir im Level 2 aufgehört und genau, da machen wir jetzt beim Level 3 weiter. So, den Typ lassen wir mal wieder auf A-Typ, ich glaube, das ist nur die Steuerung, die will ich natürlich beibehalten, so wie sie war. Dann wählen wir hier die 3 aus. Bei dem Speed, das ist jetzt ja Low und High, ich glaube, das High hebe ich mir für den letzten Part auf, da will ich nochmal richtig einen Schwierigkeitsgrad draufballern. Deswegen lassen wir jetzt erstmal noch auf Low und Musik nehmen wir diesmal die zweite, dass ihr auch mal ein bisschen Abwechslung habt. So, und los geht's. So, gleich mal zwei Goombas zuerst, okay, geht schon mal ganz easy go los. Da kann noch nicht viel passieren. So, ja, ist doch schon mal schön gegliedert bis jetzt. Aber ihr seht, leider geht es schon wieder los und der erste Fehlschlag schon wieder, dass zwei aufeinander sind und es kann nicht mehr weitergehen. Aber ich werde das Beste draus machen. So, dann hätten wir hier noch einen Geist, der kann gleich mal hier mit drauf. Und, äh, den hier erstmal da und so. So, ja. Ähm, hm, was machen wir jetzt? Okay, erstmal die Pflanze hier rüber. Also bis jetzt geht's noch ganz einfach, aber ihr werdet zehn später, da geht's dann richtig ab. Da wird die Geschwindigkeit so richtig hoch getunt, so richtig volle Kanne, ey, ich schwör's euch. Da wird man dann auch nicht mehr lang mithalten können. Das machen wir jetzt so genau. Der Goomba wird hier schon aufgelöst und der Geist auch. Okay, dann können wir schon mal, an dieser Stelle müssen wir gar nichts mehr machen dann. Dann das Ei heben wir uns für diese Stelle auf. Ich zeig euch dann später aus welchem Grund. Ähm, weil, ja, ihr wisst ja, wenn man jetzt ein Ei hat, dann schlückt natürlich ein Yoshi da raus. Aber anders wie sonst. Ich zeig's euch dann gleich. So, Pflanze einmal hier. Und jetzt kann man das ruhig auf das Ei drauf machen, weil das ist gar kein Problem. Ich zeig's euch dann, wenn's so weit ist, wenn mal so eine Stelle kommt oder so eine Situation eben. Äh, Pflanze hier. Und, ja, passt. Dann fahren wir den Goomba da rüber und der wird auch aufgelöst. So, und jetzt schaut genau her. Das eine Ei, also ganz auf der rechten Seite, das löst sich jetzt hier zusammen mit dem Blooper. Also, was zwischen einem Ei drin gefangen ist, wird auf jeden Fall aufgelöst. Das ist gerade das Gute daran. Und deswegen funktioniert das auch so prächtig hier. Ja, das heißt, wir können jetzt den Blooper auch wieder da drauf lassen. Der Goomba passt so oder so richtig drauf. Und, ja, jetzt können wir den auch so auflösen. Gar kein Problem an dieser Stelle. Äh, scheiße, den Goomba hab ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Aber macht gar nichts. Es ist noch nicht zu spät, es ist noch alles möglich. Äh, genau, den machen wir hier drauf. Äh, genau. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen rausgekommen aus der Fassung. Ähm, genau. Das passt so. Der kommt da, der da. Sehr schön. Dann Goomba. Haben wir jetzt im Moment keinen. Okay. Macht, wie gesagt, nichts. Machen wir so. Und dann haben wir wieder mal mehr aufgelöst. So. Dann weiß ich schon, was ich als nächstes für eine Kombination mache. Nämlich so. Genau. So. Passt doch alles perfekt. Ja, jetzt hab ich schon mal wieder ganz schön viel wegbekommen eigentlich dafür, dass ich hier... Ja. Naja, auf jeden Fall. Hä, keine Ahnung. So. So. Goomba kannst du ruhig mal hier drauf. Dann hier mal ein bisschen tauschen. Und dann geht das alles gut voran. Ja, wenn das Eis nicht gleichzeitig mit dem Ding runterkommen würde, mit diesem Geister, dann hätte ich jetzt ein bisschen Probleme gehabt eigentlich. Aber es geht. So. Dann der Blooper kann wieder mal da. Genau. Dann der nächste Geist kann hier. Und der Goomba passt auch wieder überein oder stimmt überein wieder mit dem. Ja. Geht ganz gut. Äh. Pflanze. Kommt die als nächstes? Nein, kommt keine Pflanze. Also ist es noch nicht so schlimm. Da lösen sich wieder mal zwei Goombas von selbst auf. Okay. Die Pflanze haben wir hier. Oh, Geist und Pflanze. Boah. Gerade noch so geschafft. Ihr habt's gesehen. Gerade noch mit schnell, schnell rüber. Und so. So. Blooper löst sich auf. Sehr gut. Dann hier gleich mal der Geist. Ihr wisst, wenn das jetzt gleich irgendwann zu lang wird, ich höre dann einfach auf irgendwann. Ah, scheiße. Jetzt wollte ich gerade noch den Goomba haben, aber naja, egal. Mindestens habe ich jetzt den Goomba. Und den hier. Ja, dann können wir gleich mal da den Geist wieder rüber machen. So. Und dann ist der auch wieder weg. Ja, die nächsten, da brauche ich gar nichts mehr machen. Die lösen sich auch auf, weil wenn zwei gleiche Eischalte aufeinander fallen, sind die so oder so weg. Und jetzt brauche ich immer noch nichts machen, wenn es funktioniert. Immer noch alles im Rhythmus, ganz gut. Dann einmal so und so. Ja, jetzt bin ich ganz gut drin. Ich bin jetzt schon im vierten Level sogar, wie ihr seht. Ich muss natürlich schauen, dass ich nicht irgendwie in den fünften Level komme. Aber ansonsten werden es doch leider nur zwei Let's Plays. Also, wie gesagt, von diesen Spielen hier kann man nicht wirklich viele Videos machen, wie gesagt. Aber ich denke, das lohnt sich eigentlich schon, weil es sind ganz schöne Spiele eigentlich von früher. Habe ich immer gern gespielt und gesammelt und gezockt und was weiß ich nicht alles. So. Ein Goomba hier bitte. Wah. Aber nicht so. Ja, vielleicht komme ich sogar noch im fünften Level. Wenn ich im fünften Level komme, dann war das das letzte Video hier. Dann brauche ich echt nichts mehr machen, weil wenn ich schon im fünften war und ich bin schon, ja, da gewesen sozusagen, ja, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Dann ist das schon alles geklärt, alles fertig. Dann ist da nichts mehr irgendwie nötig zu machen. So, das gliedern wir mal so. Das zweite Ei, okay, das eine Ei hat sich eh gerade zerstört von selbst. Finde ich sehr gut. Machen wir so. Ja, halt immer gucken, dass die Auflösung ziemlich gut aufgeht. So. Und jetzt löst sich diese Pflanze im Ei wieder mit auf. Also alles, was zwischen zwei Eischalen gefangen ist, wird sich immer mit auflösen. Finde ich gut gemacht. Da kann man sich auch mal aus manchen Situationen ein bisschen rausretten dann eben. So. Das Ei löst sich sowieso so auf. Wie jedes Mal natürlich. Das passt hier so drauf. Okay. Ja, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Platzangst bekommen. Äh. Okay, passt. Den da da rüber. Ei löst sich auf. Perfekt. Die Eischale so oder so. Äh. Geist passt. Ja. Oh, jetzt wird es aber langsam richtig schnell. Mein Gott, das Tempo. Alter, das wird richtig hochgedreht. Scheiße. Äh. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Was soll ich machen? Scheiße. Ein Yoshi okay wird. Gut, 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 gut. Passt zu weit, passt zu weit. Dann gehen wir an mir darüber. Okay. Passt auch noch. Äh. Hö, 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 hö. Der geht auch noch dahin. Okay. Sehr gut. Mein Gott, jetzt wird es ganz schön hier schnell. Äh. Scheiße. So machen wir das, okay. Ei, du kannst hier drauf. Passt. Perfekt. Für den Geist ist kein Platz mehr übrig. Dann machen wir es einmal so. So und so und so. Ach mein Gott, jetzt wird es ganz schön. Wirklich echt affenschnell hier. Oh. Scheiße, jetzt muss ich gerade auch. Oh, ich scheiße, ich bin schon im fünften Level. Okay, dann wäre das wahrscheinlich doch das letzte Video nun. Äh. Den zweiten Goomba haben wir keine Verwendung dafür. Aber jetzt für den hier. Eisschale. Schade ist daneben. Irgendwo verschwunden. Keine Ahnung. Äh. Geist einmal hier. Bitte. Danke. So. Ei zerstört sich von selbst. Genau. So. Äh. Pflanze. Obwohl doch, ich mache noch ein letztes Video. Und da habe ich genau schon eine Idee, was ich da machen werde. Ich werde. Fört genau zu. Ich werde einfach nochmal Level 5 extra machen. Aber dafür werde ich dann diesmal den anderen, also die Geschwindigkeit auf Speed machen. Genau. Das ist das einzige, was ich verändern werde. Ich werde mal auf Speed hochdrehen. Und sonst, dass ich mal alles verändert. Äh. Alles gleich. Also ihr seht, jetzt bin ich ja gerade so weit, dass ich, ähm. Also ich, was habe ich denn im Moment? Ich habe im Moment Level 5. Aber dafür die Geschwindigkeit auf Low. Das heißt, ich drehe die diesmal hoch. Beim nächsten Mal, dann drehe ich die hoch. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Dann wird es wahrscheinlich noch schneller sein wie jetzt. Obwohl ich jetzt schon total nicht mehr durchblicke eigentlich. Aber, naja, es geht noch. Gerade noch. So. Gumba, du kannst dich selbst zerstören von mir aus. Habe ich kein Problem damit. Du auch hier. Ach, scheiße. Wenn man so zwei Gumbas aufeinander stapelt, hat man anscheinend auch Pech gehabt, oder? Äh. So. Ah, Mann. Jetzt ist die Geschwindigkeit hoch. Da kommt man echt nicht mehr raus. Scheiße. Dammit. Dammit, dammit, dammit. Wow. So. So. Ah, ich komm noch. Ich komm noch zurecht. Ich komm noch zurecht. Ich seh's. Ich seh's. Ich komm noch zurecht. Äh. Scheiße, scheiße. Komm, löst dich auf. Ah, scheiße. Game over. Ja, tut mir leid. Okay, dann war's das an dieser Stelle schon für dieses Let's Play. Ja, von... Also ich denke jetzt hier... Ja, Highscore. Wenn wir mal schauen. Okay. Gut. Ja, dann machen wir hier Ende. Beim nächsten Mal mach ich dann, wie gesagt, noch die höchste Stufe bei, ähm, dem fünften Level. Und mal schauen, wie lange ich dann durchhalte. Also da lass ich das Let's Play dann einfach mal so lang laufen, wie es geht. Aber ich denke mal, so nach fünf Minuten oder so werde ich wahrscheinlich eh schon rausfliegen, weil ich's einfach nicht drauf hab. Also, macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß dabei.